ja und hier unten ich habe angst ich auch ich hab's aber gehört irgendwas irgend so ein piepen habe ich gehört hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft und diesmal versuchen wir den silber fischen auszuweichen und dafür habe ich mir hilfe besagt und zwar den pvp ist aus ja ich habe gerade schon gemerkt wie man kann ich mich kurz ausrüsten oder wie ist das ja es ist nicht viel da ich hab schon gesehen also hier ist noch ein bisschen ich nehme mal oh ja das kann ich jetzt ein zweites bett wäre natürlich jetzt ein zweites bett wäre ja ja ich besorge uns mal eben wolle was ist du vor heute ja erstmal wieder darunter gehen die silber fische ärgern also kriminell ich muss echt nicht was abgeht er auf einmal kommen wir zu den gegnern naja so wo wo sind wir jetzt hier wenn ich da nur daran denke bekomme ich gern zur haute wo ist denn der eingang zur hülle noch mal recht zum haus da wo die fackeln auch hier ist auch noch gut ich habe es mir gerade anders überlegt da unten ist es dunkel ich könnte mir mal was zu essen holen ich habe ich habe ein scharf gesehen ich habe schon da wird ja produktivität mal schon erst sicher ich muss jetzt nur noch mal da hochkommen wieder alles wartet auf dich ja ja moment ich bin schon auf dem weg aber da unten ist doch nicht so dunkel naja ok doch ja es ist dunkler geworden weil steine fehlen ich bin schuld alles klar mein bett ist links ja genau gut aber jetzt gehen wir mal neuner auf welchen schwierigkeitsgrad ist das das ist leicht glaube ich ja also hier fehlen schon mal steine da sind anscheinend silberfische rausgekommen ja und hier unten ich habe angst ich auch ich habe gehört irgendwas ne irgend so ein piepen habe ich gehört ja ich höre doch ein piepen hier ne ja das höre ich auch das ist ja eben das ich glaube wir sind sicher okay dieses piep macht mich grad moment wenn du sagst dass hier welche waren ja ich hab da eben nichts abgebaut ach so und auf einmal haben da drei steine gefehlt ich habe da nichts abgebaut ich war zwischendrin mal auf dem server um zu gucken ob du schon aufgenommen hast also ich habe noch nichts gemacht ich habe trotzdem angst ich auch wo graben wird sind keine ahnung einfach mal nach unten ich höre fledermäuse das könnten auch diese silberfische sein oder ich habe keine fakten das ist das problem da ist eisen ich werde verrückt oh mein gott wir haben eisen gewonnen das erste eisen ist hier finde echt ja ich finde mir nur kohle 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 ich habe schon überlegt ob ich dir ein paar sachen klaue und dann das dann halt in der aufnahme ein bisschen so ich glaube da muss jemanden nach der aufnahme von der weitenliste schmeißen ach nee warum denn kannst du das wasser da abstellen das geht noch im sack du siehst schon wieder kohle ich habe gerade eisen abgebaut das heißt jetzt habe ich keine fakten hast du eigentlich schon irgendein projekt oder so was doch ausbauen ein haus aus holz was holz und steigen naja immerhin ja im dschungel will ich noch finden ich will ein bisschen dschungel wird im haus verbaut dschungelholz ist hässlich finde ich ja gut das kommt jetzt darauf an welches ressourcenpack man benutzt ich bin jetzt das ich wollte gerade sagen das ist ewig gleiche obwohl ich die in der letzten aufnahme zweimal gewechselt habe das kommt unprofessionell und zwar das äh thfax pure biggie craft kann man die töten die fledermäuse ja ich krieg's nicht hin ah ich hab's hingekriegt na ist okay wo bist du ich bin einfach mal geh einfach dem fackeln nach welche fackeln da stehen alle 100 meter steht da ne fackel alle 100 meter boah ach da bist du ja ich hab hier grad kohle ja wie immer ja dasselbe wie ich ich hab auch kohle gefunden mal wieder und ja das wird langsam langweilig oder eintönig ich find immer nur kohle und die hacke ist gleich kaputt ah meine ja naja so viel hält's auch wieder nicht mehr weil ich die ganze zeit nur um kohle abbauen bin wir schon 13 level oh ich hab drei in vier folgen hammer ja wo geht's denn hier dann ist das ein neuer rekord manu ich hab was entdeckt das ist schön ja ich komm mir gleich ach man ey ach man ey also du kannst dich jetzt da hinstellen und dann da nach unten springen und da bin ich glücklich ach komm schon einfach runter kein Problem oder auch nicht wow ich hab Angst wow also okay dann mal los chef ja ich glaub jetzt geht's los ne ey kleiner Pisser hier wie komm ich denn da unbeschadet nach unten mhm gar nicht ja da runter bauen würde ich sagen wie in den Berg da rein irgendwie wo bist du denn schon ach oh mein Gott da oben also dann bauen wir uns hier runter ja so Wendeltreppenart würde ich sagen hast du ähm Leitern oder sowas nein okay die Hacke ist gleich kaputt meine auch hast du ein Problem also ich finde die Welt ist egal ja so wie heißt es eigentlich oh wir sind in einem extreme hills bio das erklärt die silberfische die da natürlich ah ja klar siehste mal ich finde er jetzt unterspringen würde und würde es schaffen im Wasser zu landen hätte ich ein Problem warum ich hab kein Holz doch ich hab zwei Sticks dabei ich hab keine Hacke mehr okay ja ich würde sagen wir wir gehen mal zurück was ja und rüsten uns aus mein Freund du ziehst dich zurück okay ich hab einen neuen Ausgang gefunden ähm den kannst du gleich mal ähm irgendwie markieren wo kommen wir jetzt raus das ist glaube ich hinter deinem Haus ähm ja ich ich hab das mal ähm mit ja einem Turm markiert hey überhören darf ich hängen unfassbar oh mein Gott eine Treppe mhm also da hat sich ja in zwei Folgen einiges getan ja ich hab kein Holz blö blö was äh wieviel kommt das dann äh ähm 70 ja schmeiß mal her was ha schweiß mal her so boah steuern hey denn das so komplex ist die jetzt auch nicht so abwurzeln wir ein bisschen Stein was wir hier weiter bauen können ähm ach so ja du machst gleich aus Stein ja ich dachte wir holen uns jetzt Holz äh hier steht ein kleiner Wald den du gepflanzt hast ja den ich künstlich angelegt hab ich hab ein Achievement freigeschaltet geil ich hab ein Achievement freigeschaltet da gab es da auch so eine Achievement ach genau ähm also ich hab das eine Achievement schon keine Ahnung 10.000 Mal ja hot topic geile Achievement das ist hier Taking Inventory Manu ja Manu ja ich ich hab hier etwas entdeckt oh mein Gott oh mein Gott Manu ja das ist Kohle du hast Kohle übersehen liegt da schon seit Folge 1.0.0 du hast Kohle übersehen du hast Kohle übersehen du hast hier keinen Baum ey was du hast hier keinen Baum ja 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 ich brauch doch Holz ja dann pflanzt neu ich brauch Sand nee erst ins Bett hopp auf ins Bett los Moment echt Moment los Saat was Saat Saat ich hoffe mal du bleibst noch eine Folge ja ja das ist schön warum fragst du mich das weil der ist ja nicht gleich vorbei ist ich hast ja ja ich hast ja schon fast gedacht äh mal ein bisschen Weizen Weizen I earned some Weizen so jetzt hab ich hier ein bisschen Holz äh hast du noch ein bisschen Stone ach da kommt davon was für Stone äh Bruchsteine was sind denn Bruchsteine ja ich hab umgestellt auf Englisch weil Bruchstein heißt jetzt Cobblestone es hieß doch mal früher Pflasterstein oder ja ey was soll denn die Scheiße keine Ahnung ich hab gleich umgestellt auf Englisch weil ich find das nicht okay es heißt nicht Bruchstein das stimmt allerdings es heißt echt nicht Bruchstein naja dann hab ich das ganze boykottiert wo bist du denn du Alter wie viel du pflanzt hör mal aber jetzt die Folge ist schon wieder zu lang Mann meine ganzen Folgen gehen länger als 15 Minuten im Moment ja wo bist denn du jetzt schon wieder ich bin hier ich ändere ähm mein Ressourcenpaket oh ne auf jeden Fall ist diese Folge jetzt vorbei und ich sag ciao haut's rein und bis zum nächsten Mal genau bye let's play Minecraft roh's 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 roh's